Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 57.800 US-Dollar. Es hat sich im Gegensatz zu gestern eigentlich fast nichts getan. Trotzdem, einige Trades wurden noch getriggert, beziehungsweise Gold, mit einem neuen All-Time-High. Auch das werden wir uns jetzt gleich mal ein bisschen genauer anschauen, was es da möglicherweise für Trade-Möglichkeiten gibt, weil da sind wir an einem interessanten Punkt. Bitcoin, wie gesagt, schauen wir uns an, Ethereum werden wir uns anschauen und natürlich auch den Forex-Markt. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wird ein relativ kurzes Video, weil es noch ein paar wichtige Punkte anzusprechen gibt. Aber trotzdem, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, die ich euch jetzt hier zeige. So, guten Morgen erstmal. Ja, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwas zu verpassen, dort poste ich also das hauptsächliche rein. Ansonsten, ja, wie gesagt, Like da lassen, Abo da lassen und wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, wo ihr das Ganze traden könnt, was wir hier besprechen, dann meine Partnerbörse BingX abchecken. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr jede Woche Boni abgreifen plus natürlich auch einmal so einen Einzahlungsbonus. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 57.800 US-Dollar circa. Wir haben seit gestern kaum Bewegung bekommen. Das Wichtigste war eigentlich, wir haben hier nochmal dieses Hoch geholt mit einem weiteren Rig. Trotzdem, die Divergenz bleibt weiterhin auf 1-Stunden-Sicht die gleiche. Wir haben sinkendes Handelsvolumen, wir haben eine Divergenz nicht wirklich Bullish, deswegen gehe ich hier auch weiterhin von sinkenden Kursen aus. Ich habe ja gestern zu euch gesagt, wer Bock hat, kann hier diesen Short mitnehmen. Ich bin persönlich nicht rein. Ich werde auch wahrscheinlich nicht in irgendeinen Short reingehen, weil mir das Risiko ein bisschen zu hoch ist. Derzeit, ich warte dann eher, ehrlich gesagt, hier unten auf diese Long-Position bzw. irgendwo hier zwischen 55.500 und 54.600 US-Dollar werde ich dann wahrscheinlich eine Long-Position positionieren. Ansonsten, wer hier Short reingehen möchte, wie gesagt, das war das Setup von gestern hier, wo ich angepinnt habe bzw. hier war das Setup. Wer rein will oder jetzt schon drinnen ist, macht einen Stop-Loss-Entry und vielleicht nimmt schon ein bisschen Profite oder sowas. Aber ansonsten, ich werde da ganz sicher safe nicht reingehen in diese Position. Mir ist es zu riskant, auch wenn wir hier Divergenzen haben auf den 1-Stunden, auf den 4-Stunden-Time-Frame sinkendes Handelsvolumen. Ich spricht alles dafür. Gestern, die USA-Zahlen waren jedoch gut. Wir gehen von einer Zinssenkung aus. Trotzdem, ich traue dem ganzen Braten hier noch nicht, deswegen, ich lasse die Finger davon. Wer was machen will, kann es gerne machen. Ich warte einfach, bis wir hier unten sind. Deswegen kurz und knapp, keine Änderung seit gestern. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum, wenn ich den richtigen Chart finde. So, jetzt auch hier seht ihr 0,0 Bewegung, also gar nichts, keinerlei Bewegung hier momentan bei Ethereum. Plan bleibt der gleiche wie gestern, deswegen auch hier chillen. So, jetzt zum wichtigeren Punkt. So, unsere Short-Position bei Gold wurde ausgestoppt. Dann habe ich ja gestern dazu gesagt, okay, nächster Stop wäre dann wahrscheinlich hier oben die 2.568. Dort sind wir sogar hochgekommen. Wir sind sogar auf 2.570 US-Dollar hochgekommen. So, problematisch ist, wir haben Freitag. Freitag ist sowieso immer so ein bisschen kritisch hier Short-Positionen aufzumachen. Das Gute ist, wir haben die Long-Positionen offen. Wer noch keinen dritten Take-Profit genommen hat, nehmt einen dritten Take-Profit und chillt euer Leben jetzt erst einmal. Ansonsten könnt ihr jetzt hier wahrscheinlich dann mal einen kleinen Short probieren. Problematisch ist aber auch hier, muss man ehrlicherweise sagen, wir haben keine Divergenz. Das Einzige, was wir haben, ist sinkendes Handelsvolumen. Das könnte, sage ich mal, dazu führen, dass wir zumindest einen kurzfristigen Dump kriegen. Dann aber wahrscheinlich hier in dem Bereich der 2.533 US-Dollar. Ich sage es euch ehrlich, ich werde jetzt in die Position reingehen. Stop-Loss technisch, dadurch, dass wir noch eine Long-Positionen offen haben, würde ich ihn so bei, Risk ist ein bisschen höher, 2.607, naja, komm, machen wir 2.608, 1,5 Prozent Stop-Loss. Da würde ich ihn reinpacken, wie gesagt, Asset-Take-Profit, 2.534 US-Dollar. Warum? Weil wir hier die Ineffizienz haben. Wir können uns hier auch nochmal ganz kurz das FIP-Level dazuziehen, ob das auch so ungefähr grob passt nach järzlichen Stand. Das sehen wir auch, okay, perfekt. Golden Pocket liegt auch bei 2.534. Gut geschätzt, Respekt. Ja, also so würde ich jetzt momentan den Trade hier planen bei Gold. Ansonsten Long-Position läuft. Die werden wir dann, sollten wir hier unten Support reinkriegen, werden wir die Long-Position auf jeden Fall safe verdoppeln. Hier unten in diesem Preisbereich bei 2.534 würde ich verdoppeln. Das heißt, unser Entry von 2.500, 2.472 rum, also von hier unten, wird dann deutlich, deutlich höher und wird sich dann wahrscheinlich hier irgendwo bei 2.500 US-Dollar einpendeln. Und trotzdem, meiner Meinung nach, immer noch ein guter Entry für eine potenzielle Long, die uns weiter nach oben führen könnte. Jetzt warten wir das mal ab. Also Short, wie gesagt, die alte wurde ausgestoppt nach zwei Take-Profits. Völlig Wurst. Wir haben noch die Long-Position offen. Da jetzt bitte dritten Take-Profit nehmen. Plus eben eine Short-Position als Hedge, die nicht größer ist natürlich als eine Long-Position, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Und dann mit Take-Profit 1 hier bei 2.535, also ungefähr 1, 2 Dollar könnt ihr das wählen, wie ihr wollt, vor dem Golden Pocket einfach nehmen. So, dann gehen wir rüber noch zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Der hat nämlich jetzt auch ordentlich gezogen. Erster Take-Profit wurde gehittet. Das heißt, hier Stop-Loss-Entry von unserer Long-Position gegenüber dem US-Dollar bei Euro. Den zweiten Take-Profit werden wir wahrscheinlich hier oben bei, ich möchte es ein bisschen tiefer setzen, ehrlich gesagt. Warte mal, wir hatten den ersten bei 1.07. Ich würde ihn bei 1.1186 setzen. Also das wäre der zweite Take-Profit, den ich nehmen würde. Und dann müssen wir nämlich gucken, hier oben wegen Golden Pocket plus Wig, ob wir dann hier oben unsere Short-Position verdoppeln. Das heißt, auch dieser Trade momentan ist sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Also auch hier herzlichen Glückwunsch für alle, die den mitgenommen haben, gestern auch noch aus dem Video. Das heißt, wir warten jetzt hier noch auf zweiten Take-Profit. Und ich hoffe, dass der noch vor dem Wochenende kommt, auch zwecks Gebühren und sowas. Weil trotzdem muss man über das Wochenende Gebühren zahlen. Ist halt so. Wenn ihr das Ganze handeln wollt, wie gesagt, kann ich euch nur meine Partner-Böse Bingings empfehlen. Dort könnt ihr das alles, was wir hier besprechen, auch natürlich nachtraden. Ja, ansonsten, das war erstmal so das Grobe dazu. DAX auch relativ gut gelaufen, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn wir uns mal ganz kurz den Chart angucken, auch hier wurde ja unsere Long-Position getriggert. Erster Take-Profit, zweiter Take-Profit wurde auch geholt. Also es sieht wirklich gut aus, trade-technisch. Momentan, was hier so abgeht. Dritter Take-Profit, haben wir ja gestern schon darüber gesprochen, wäre dann erst hier oben beim Golden Pocket bei 18.719. Ach nee, warte mal, ich muss das nochmal umziehen, wenn wir nochmal einen tieferen Wig hatten. So, jetzt aber. Wäre dann trotzdem hier oben bei 18.700 US-Dollar, würde ich dann den dritten Take-Profit nehmen. Ich glaube nicht, dass wir es heute noch an dem heutigen Freitag erreichen, diesen Take-Profit. Aber gut, kann ja möglich sein. Ansonsten, Short-Position läuft hier auch noch. Also auch hier haben wir zwei Trades offen, genauso wie bei Gold, Euro und DAX haben wir zwei Trades offen. Da warten wir aber noch mit der Short-Verdopplung. Da möchte ich auch noch ins Golden Pocket, bevor wir hier möglicherweise dann genau so einen Weg sehen und dann weiter nach unten in Fahrt aufnehmen. Da möchte ich hier oben die Short-Position verdoppeln. Ansonsten hat sich wenig getan, Altcoins und sowas weiterhin mit Bedacht an eurer Stelle kaufen. Es gibt gute Einstiege, beziehungsweise weiterhin gute DCA-Möglichkeiten. Aber ansonsten, ich würde jetzt nicht all in Altcoins gehen. Immer noch keine Altcoins-Season. Wir können mal ganz kurz gucken, habe ich die Market Cap? Ja, hier, Bitcoin-Dominance, aber auf dem Daily-Time-Firm gucken wir uns das mal ganz kurz an, ob sich hier mal irgendwas getan hat. Nein, wir sind immer noch in einer Konsolidierungsphase. Das heißt, keine Altcoins hießen, es bewegt sich einfach gar nichts. So, könnt Altcoins akkumulieren, aber mit Bedacht. Nur nochmal so mein kleines Schlusswort am Rande. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns eventuell später nochmal zum XRP-Update. Wenn ihr Bock habt auf einen XRP-Update, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten schauen wir einfach mal. Ja, damit schönen Freitag. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wir hören uns eventuell später wieder. Ansonsten wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.